Norddeutscher Rundfunk Norman, was machst du? Ah! Bitte... Gib mir meinen Sohn zurück! Wir sind dein Sohn. Wir sind gesund. Stark. Das war, was du wolltest. Oder nicht? Stopp, Harry! Wir können dir helfen! Ah! Wo ist der Recht davon? Ich... Bitte nicht! Was hat er mit dem Ding vor? Das werden wir gleich herausfinden. Du musst wissen. Harry gibt's nicht mehr. Wirt und Symbion sind perfekt verschmolzen. Ich werde ihn noch retten. Das ist unmöglich. Aber du kannst den Symbionten noch stoppen. Wie? Indem du den Wirt tötest. Bitte... du ihn immer dem kommst. Brot, weil sie uns nicht mehr wundern. Blätter schmolzen Sie Mögen. Sie sind nicht irgendein, Sie sind nicht in den Türen. Du bist zu viel. Ich bin zu dir weinbar. Sie sind nicht in den Türen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die zivilisten haben ärger ich komme Da ist der Bus ich muss die Leute vor den Symbionten schützen ich kümmere mich schon drum bleibt einfach im Bus Kann jemand helfen? Ich hab keine Angst Ich hab keine Angst die gegend ist nicht sicher wenn ihr nirgendwo zuflucht findet steht fiest für jeden offen wir müssen reden dem sagst du das überall tauchen nester auf ich schicke die koordinaten gut pass auf dich auf man das ist echt schlimm ich finde dich kumpel ich finde dich der anzug ist kein alien oder zeit für ein malz moralis original weißt du eins zu eins was ist los mal er hat den meteoriten ich konnte nicht stoppen konos meint wir können die nicht retten wir müssen ich darf ihn nicht verlieren nicht noch mal mal ich sah mehr als ich in deinem kopf war es ist nicht deine schuld sie wollte dich sie wollte uns alle retten sie hat nie an sich gedacht auch nicht als sie kaum atmen konnte sie würden nicht wollen dass wir an sie denken sondern dass wir menschen helfen und kämpfen er ist noch da drin und wir werden kämpfen um ihn zurückzuholen dann sag an coach wir teilen uns auf und schwärmen aus du findest den meteoriten ich räume das nest alles klar spidermann alles klar spidermann dann legen wir mal los ich muss nicht beeilen und weiter zum nächsten der countdown kann mit das hat dich wohl erschreckt das musste echt wichtig sein wenn du dich deshalb so zu wehr setzt was hallo 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 wo kommt diese stimme her sie dürfen nicht zum herzen ich höre sie auf hallo 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 Sie verschlossen die Zeit davon! Noch 10 Sekunden! Das muss funktionieren! Das war's! Aber das Herz! Nein. Wir brauchen dich. Es ist noch da. Bitte. Gibt dir das Ding jetzt echt noch... Was zur Hölle? Wo bin ich? Du bist zu Hause. Henry, bist du da, wohin gehört? Geschieht das mit den Leuten, die zu Symbionten werden? Wer bist du sicher? Alle, die du liebst, sind hier sicher. Mein Kopf! Wo geht es hier raus? Warum solltest du gehen? Wir sind hier. Schließ dich uns an. Du. Peter. Wir. Ich gehöre hier nicht hin! Du auch nicht, Harry! Komm schon bald! Komm schon! Und... Lasch dich vom Umzeilen. Rein. Und später. Das ist der falsche Weg, Harry! Das weißt du! Pete und ich! Wir werden dich retten! Hayley? Was trägst du mir da? Bitte... ...komm zu uns. Ich bin raus! Hayley ist in Gefahr! Pete! Der Meteorit! Unter der U-Bahn-Station in Haarlem! Neben der Brücke! Ich bin unterwegs! Aber warte auf mich, Mann! Harry! Er ist hinter dir her! Ich muss zu Hayley, warte auf mich, ja? Wow, langsam! Was ist los? Ich wurde ins Schwarmbewusstsein gezogen. Ich habe eine Vision von Meteoriten unter der Erde gesehen. Aber ich habe ein mieses Gefühl. Glaubst du, Harry ist da? Ich meine es ernst, Pete! Gib mir zehn Minuten! Du schaffst das nicht allein! Tut! Ruf an, wenn du fertig bist! Sorry, Miles! Ich habe keine Zeit zu verlieren! Da ist der Eingang zur U-Bahn! Bestimmt hat Miles recht! Und der Meteorit ist dort! Ich muss nur die Brücke freiräumen! Bleibt alle in euren Autos! Ich lasse sie nicht an euch rennen! Harry! Venom! Ich weiß, du bist hier! Ich bin hier, Kumpel! Hilfe! Ich weiß! Halt einfach durch! Ich komme! Ich komme! Komm schon, komm schon! Sie kommen aus dem U-Bahn-Tunnel! Der Meteorit muss unter der Erde sein! Sonne! Bitte, rede mit mir! Ich muss in den Tunnel, aber ich kann die Leute nicht zurücklassen! Zwei von euch? Nicht jetzt! Ich hab keine Zeit für sowas! Vielleicht... nein! Bleibs einfach unten! Harry! Kannst du mich hören? So, der U-Bahn-Tunnel! Hey, ist alles okay mit Hayley? Noch nicht! Aber du schuldest mir noch ein paar Minuten! Halt durch! Heyley! Nein! Was machst du denn hier? Ich wollte dich retten! Du bist unglaublich! Ich... Ich mag dich so sehr! Und ich glaube, du magst mich! Möchtest du ausgehen? Auf ein Date? Ist das ein Ja? Dann ist das ein Date! Wenn das hier alles vorbei ist... Und ich war Comespiel mit kleiner Kunst مس Stephenzin zu haben! Dass du runnst! Peed! Bin tut Leute jetzt da! IMAGサOMisma! kingsatore jerich! author! Dankeig! Du bist her! Herz! Herr aus dem Katherine! potrze Rad! Er hat政 severe sind weiß fluent Antarcticруп fitness dedicat! Er funktioniert. relang das donc! Das donít ä Rolle! Es hat mit Dr. Connors geredet. Er meinte, dass es zu spät für dich ist. Aber ich weiß, das stimmt nicht. Harry. Ich hab's verbockt. Ich war furchtbar zu dir. Dein Traum. Unser Traum. Die Welt zu heilen. Es tut mir leid. Peter, du bist hier. Ich bin hier. Bist du endlich bereit? Harry. Ich kann nicht. Was? Ich will dir helfen, Harry. Harry. Spider-Man, wo bist du? Bist du da reingegangen? Du hattest recht. Es muss hier sein. Er muss. Sorry, ich konnte nicht. Ich weiß mal. Ich suche einen Weg rein. Alles wird gut. Es wird alles gut. Später. Harry! Harry, rede mit mir! Bitte hilf uns, Später. Wir brauchen dich. Ich versuch's, Kumpel! Ich brauch nur den Methyrichten, okay? Miles, ich seh keinen Stein. Nicht? Warte, ich bin gleich bei dir. Danke für die Hilfe, Pete. Wir möchten dir was zeigen. Harry, was hast du? Wir sind geheiert. Endlich frei. Das können wir allen finden. Aber wir brauchen dich bei uns, Peter. Die Welt heilen. Gemeinschaft. Hey, Bro! Nicht cool. Wir müssen hier weg. Wir müssen MJ anrufen. Ich weiß, wo der Meteorit ist. Wir müssen uns alle bei Mays Haus treffen. Was ist da draußen los? Der Meteorit, in dem der Symbion steckte. Er verwandelt damit die ganze Stadt. Ich weiß, wo er ist. Und wir stehlen ihn. Zeit für einen Schlachtplan. Bin dabei. Bis gleich zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Boah. Quandもの geht. Untertitelung des ZDF, 2020